Servus an einem wunderschönen guten Morgen, hier ist Stinkstiefel, herzlich willkommen auf meinem Kanal Null Probleme und herzlich willkommen zum neuen Shop Video. Ja Freunde, der Shop hat geupdatet und ich sehe, wir haben hier wieder die Rote Ritterin, was ja gar nicht mal so schlecht ist für einige. Andere werden sich wiederum ärgern, außerdem mit der Lackierung Magma und so weiter und so fort. Dazu kommen wir gleich, ich wollte euch nur jetzt an dieser Stelle mal drei Ankündigungen machen. Die erste Ankündigung wäre, schaut bitte unten in meine Videos rein. Ich habe gestern eine neue Challenge gestartet und zwar die neue Woche, die Woche 8. Es gibt 1000 V-Bucks abzusahnen, das Ganze könnt ihr bis Sonntag einreichen und am Dienstag wird verkündet, wer hier 1000 V-Bucks abgesahnt hat. Der Sieger von euch bekommt sie dann. Wie gesagt, schaut bitte in die Videos von gestern, dort werdet ihr das Video finden, Null Probleme möchte spielen. Und des Weiteren wollte ich all diejenigen aufmerksam machen, die neu sind auf meinem Kanal. Schaut bitte unten in die Videobeschreibung dieses Videos, dort werdet ihr einen Link finden, eingerahmt in einem Kasten. Wenn ihr diesen Link anklickt, euch das Video anschaut, könnt ihr mitmachen an meiner Mega-Verlosung, an meiner Langzeitverlosung. Bei dieser Verlosung verlose ich alle 50 Abos richtig viele V-Bucks. Die nächste Verlosung erfolgt glaube ich bei 14 Abos. Das heißt, wenn ich die 400 Abos voll habe, verlose ich 2x 2000 V-Bucks. Die nächste Verlosung wäre dann bei 450 Abos, dann verlose ich 2x 1000 V-Bucks. Und wenn wir die 500 Abos knacken, verlose ich 5x 2000 V-Bucks. Und dann geht es wieder weiter in 50er Schritten, also 550 Abos, 2x 1000 V-Bucks, 600 Abos, 2x 2000 V-Bucks und so weiter und so fort, bis wir die 1000 voll haben. Und bei 1000 Abos gibt es nochmal richtig viele V-Bucks, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele das waren. Gut, wie gesagt, schaut unten in die Videobeschreibung, da werde ich den Link eingerahmt finden. Und da könnt ihr gerne mitmachen. Ihr müsst Abonnent sein, ist klar. Und die letzte Ankündigung ist die, dass ich heute am Nachmittag irgendwann mal, ich mag mich jetzt nicht festlegen, das wird eher zu der Abendstund sein, irgendwann mal gegen 18 Uhr, 17 Uhr, sowas in einem Dreh, zusammen mit dem Hidden Hinkle gemeinsam einen Stream starten werde. Da werden wir eben Squat spielen. Und zwar werden wir zu viert den ganzen Abend durchstreamen, wahrscheinlich bis 22 Uhr, 23 Uhr, solange wie es halt eben Spaß macht. Ihr könnt gerne den Stream mitverfolgen, könnt gerne mitschauen, könnt auch gerne bei Hidden Hinkle vorbeischauen, könnt ihn auch gerne abonnieren, das wäre richtig fein von euch. Also wie gesagt, schaut heute Abend vorbei, wird sicherlich interessant werden. Okay Freunde, genug damit, ich würde mal sagen, fangen wir hier links an. Hier haben wir die Rote Ritterin, sie ist jetzt nicht mehr so selten, wie sie mal war, das war ja ein OG-Skin gewesen, ist es aber nicht mehr. Jetzt ist nur noch die Schwarze Ritterin so selten und da gibt es ja noch, glaube ich, die Blaue Ritterin und ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt, nagel ich mich da jetzt auch bitte nicht fest, ich habe den Namen leider vergessen. Die ist auch jetzt nicht so häufig, aber die Schwarze Ritterin ist, glaube ich, somit die seltenste. Ja, ich finde den Skin in Ordnung, den wollte ich auch schon immer haben, den habe ich mir dann mal geholt und ja, leider kommt man an die anderen Sachen nicht ran, aber das wird ja natürlich die OGs freuen. Gut, dann haben wir hier ihre Spitzhacke, kein Benzinhacke. Ist auch in Ordnung, kann man sich ja antun, aber ich finde, ich brauche sie jetzt nicht unbedingt. Irgendwann werde ich sie mir sicher zulegen, aber jetzt werde ich das noch nicht machen. Gut, das wäre es damit. Dann habe ich hier die Magma-Lackierung. Dazu habe ich ein Gameplay-Video gedreht, schaut euch das Video an, werde ich unten verlinkt haben und hier oben rechts habe ich diese Lackierung auf allen möglichen Waffen und Fahrzeugen präsentiert, um euch diese Lackierung so nah wie möglich zu zeigen, damit ihr einen Eindruck bekommt, ob sie euch gefallen könnte oder nicht. Ist auf jeden Fall meine leiste Lackierung, sehr, sehr auffällig. Ja, kann ich empfehlen. 700 Geworks ist nicht wenig, aber das ist eine Lackierung, bei der man die Animation sieht. Es gibt welche, bei der man das überhaupt nicht sieht. Gut, dann haben wir hier die Battle Pass-Stufen, finde ich ja ein bisschen zu früh, muss ich ganz ehrlich sagen, wobei, wenn man sich das überlegt, wir sind gerade bei der Hälfte, also übermorgen sind wir in der Woche 5 dieser Season und haben somit die Hälfte dieser Season erreicht, was schon der Wahnsinn ist. Unglaublich, meine, wie die Zeit vergehen. Also wie gesagt, hier haben wir die Battle Pass-Stufen und die XPS für 600 V-Bucks statt 1500, könnte ich da was erkaufen, aber ich finde das ist viel zu früh, aber okay. Dann haben wir hier den Castor Skin, den finde ich okay, bin aber jetzt nicht so ein großer Fan davon, aber von den beiden, von der männlichen und weiblichen Variante, finde ich ihn, glaube ich, besser. Der Rucksack ist auch in Ordnung, kann man sich antun, aber ich bin jetzt nicht so ein großer Fan dieses Ziels. Dann kommen wir zu beschlägenden Hacke, diese finden einige von euch super. Ich finde sie okay, ich brauche sie nicht, ich werde sie mir nicht zulegen. 800 Geworks finde ich ehrlich gesagt, auch ein bisschen viel zu viel dafür, aber okay, gut. Okay, kommen wir hier zum Schrittwechsel, ein Emote, welches ich feiere, 500 V-Bucks und da habt ihr was richtig Feines dafür. Gefällt mir. Okay, dann kommen wir hier zum Seewolf, den wollte ich euch damals auch in einem Gameplay-Video vorstellen. Der kommt in zwei Stilen, einmal so sieht er aus und dann sieht er einmal so aus. Eine richtig nice Geschichte für 1200 V-Bucks, kriegt ihr quasi zwei Skins, die sich natürlich sehr ähneln und der hat auch zwei Backblinks, einmal dieses und einmal dieses, das feiere ich, das finde ich gut. Und ja, wie gesagt, ihr kriegt für 1200 V-Bucks zwei Skins und zwei Backblinks, eine nice Geschichte kann ich empfehlen. Ich wollte damals das Gameplay-Video machen, da wurden die Skins aber im Replay-Modus nicht als diese angezeigt, sondern als die 0815 Skins und zwar als die Default-Skins und somit konnte ich das nicht machen. Das Video werde ich euch aber auf jeden Fall nachreichen. Gut, dann kommen wir hier zum Raketendreher, ein E-Mode, welches ich damals schon immer haben wollte, irgendwie mir nie geholt habe. Das letzte Mal, wo es im Shop war, habe ich es mir auch nicht geholt, werde ich aber sicher irgendwann mal zulegen. Gefällt mir, ist eine nice Geschichte. Okay, und dann kommen wir hier zum Globetrotter, ja, und gleichzeitig glaube ich, den kein Mensch braucht und keiner haben will. Keine Ahnung, gefällt mir ganz und gar nicht. Okay Freunde, das war es mit dem Shop, ging relativ flott und zügig. Ich bedanke mich für's Schauen, wünsche euch allen einen super angenehmen Tag, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.